Hallöchen meine Schnuckelchen, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, ich soll zwölf Generatoren beschädigen und ein anderes Vögelchen meinte, mach das doch mit Doktor, mit der nervigsten Variante, die dir einfällt und da ich den sowieso bloß in 1 von 100 Killerspielen mal zocke, hab ich mir gedacht, wir haben heute das Vergnügen. So, meine Kleinen, wo seid ihr da? Warte mal, das ist doch hier die Mech, oder? Die hat einen Schlüssel, by the way. Ja, es hört sich so, oh mein Gott, und sie weiß nicht, wie der Doktor funktioniert, herzlichen Glückwunsch, lass mich dein Lehrer sein, ich werde dir die Augen öffnen, Kleines, nach meinem Beispiel, mit Kabel, Nadeln und Drähten. Huch, Schock zu kurz, sehr ambitioniert. Sick Bunny Clops. Habe ich auch den Rest der Bagage hier gefunden? Na Mädels, Pyjama Party, oder warte mal? Der Key muss sterben. Sorry, das lasse ich mir nicht nehmen, und das wird der erste Gen, den ich kicke. Und dann habe ich auch noch eine kleine Überraschung, falls ihr den innerhalb von 30 Sekunden wieder anfasst. Ich heine, ich bitte. Die Nähe ist hier noch irgendwo, und hier war noch jemand. Wir haben eine andere Nähe. Da ist sie. Der erste. Ey, yo. Jetzt ist auch noch da die dämliche Tür, ne? Ich glaube, ich muss die kaputt machen. Jetzt komme ich hier nicht weiter, sonst ist die Struktur zu stark. Fetzt bitte irgendwer den Gen an. Oh mein Gott, das war ein Dwight. Das war außerhalb meiner Reichweite. Der hat es auf jeden Fall betoucht. Mit seinen Drecksgriffeln. Ich kümmere mich gleich um dich, Schätzchen. Pass mal auf. Ich muss ihm gleich seine Überraschung verpassen. Oh, bye. Oh mein Gott. Disconnect Penalty ist wieder aus, oder was? Können wir nicht einfach mal ein Videogame spielen? Das wäre awesome. Ich habe 60 Sekunden. Wir chillen, Alter. Oh, hi. He, 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 he. Äh. Dok- Äh, ja. Clown Laathing intensifies. Alright. Ja, die sind jetzt in einer sehr bescheidenen Situation, was ich meine. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder hier Trend ist, aber okay. Es ist wahrscheinlich so das Schicksal eines Doktorspielers, oder so. Ist die Mech noch da? Einmal nicht. Aber ich habe hier eine Hinterlassenschaft hinterlassen. Mein Terroradius ist größer, wenn meine, ähm, wenn mein Schock aufgeladen ist. Ich habe da die Add-ons. Ich habe leider nicht Unnerving Presence, oder so, um die Skillchecks wesentlich kleiner zu machen. Du machst das nicht gegen den Doktor. Oh mein Gott, also du armes, kleines Ding. High Rank, meine Damen und Herren. Nur die Besten der Besten. Erbus A300, Doktor. Setz an zur Landung. Okay. Yo, Dwight, es tut mir leid, Alter. Dann schickt sie alles ein bisschen... Oh, kurz vorm Struggle-State. Alright. Yo, ich ziehe das jetzt durch. I don't care. Ich habe nur zwei Beschädigungen, wenn ich richtig gezählt habe. Das suckt natürlich. Ich wollte das in einer Runde machen. So auf Fun-Basis. Wo ist deine Erretterin? Wo? Da hinten. Warte mal. Hasenpübsin. Ich kümmere mich gleich um dich. Nein, dich will ich näher. Du bist frech. Ja, die macht das schon besser. Die rennt halt einfach. Oh, oder auch nicht. Das hättest du wahrscheinlich noch geschafft. Aber das habe ich auch nicht gewusst. Jo, da ist keine Palette mehr. Schöne Grüße von Dwight. What? Ach, come on. Hast ja viel damit gemacht. Dead Hard. Kein Dead Hard. Schade. Ich habe auch keins. Macht ja nichts draus. Komm her. Hehehe. Ah. Es reint, Max. Halleluja. Es reint, Max. Hey, hey. Ein Haddonfield-Schlüssel und ein Object of Obsession. Ist heute Tag des Spaßes, oder was? Jo, den kann ich euch aber auch gehörig versauen, wenn ich will. Jo, kein Ding, Alter. Ich komm... Wenn ihr jetzt noch irgendwo ein Key findet, dann raste ich komplett aus. Jo, keine Sorge, ich komm schon. Ach, die T-Bags. Mal gucken. Mal gucken, ob das backfired. Das ist eine Scheißstruktur. Hier willst du nicht gegen den Doktor sein. Willst du nochmal T-Baggen? Ich glaub, es war eher die andere, aber... Hier einen kleinen Hosenbund schnapp ich mir schon noch. Oh mein Gott! Karma intensifies! Ja, das hast du dir gedacht, ne? Alter, wer so prominent einen Punkt macht, hier mit einer Taschenlampe ein bisschen zu hantieren, der kann mich immer, Alter. sick Flashlight-Safe. Jo, mit euch hab ich überhaupt keinen Mitleid. Ey, leck mich. Wer mich nach Reden viel schickt, und der Object benutzt, der gehört an Haken. Wo sieht sie denn hier aus? Okay, wo ist die? Hier lang. Ja, keine Angst, die kommt schon. Wird ein großer Spaß. Sorry, wir sind beide... What the fuck? Wann ist... Okay. Feng in unser beider Namen. Wir vergessen, was gerade passiert ist, okay? Ich erzähle nichts davon, was du gemacht hast. Du erzählst nichts davon, was ich gemacht habe, okay? Das ist nie passiert, diese Szene. Du hingst quasi nie am Haken. Falls deine Freunde dich fragen, warum du nachher schon im Struggle-State bist. Ein Bug, ein Bug. Jeder wird es dir abnehmen. Hier ist noch wer. Nochmal, den kicke ich. Das wird Nummer 3. Ich hab dazu... Ich bin in der letzten Runde nur 2 geschafft. So, jetzt... Egal, egal was passiert, Alter. Ich mach das jetzt voll. Da ist jemand. Ich hab keine Angst, Alter. Ich komm schon. Ja, erstmal mit ihm mit ihrer Backe da am Zaun lang geschrabelt, Alter. Das ist jetzt so eine richtige Schleifspur. Krank. Einfach krank genommen. Ach, du liebes Bisschen. Fun! Jo, ihr wolltet hierher, Alter. Ich wollte hier nicht her. Ihr wolltet das. Oder zumindest einer von euch. Ich schätze mal, äh... Object Clodet. Ist hier wer? Den wer angefasst? Schade. Ich hab immer nur noch 3. Hi. Hi. Deswegen war die... Was? Ihr Körper war quasi einfach nicht vorhanden. Oh nein. Ihr kämmt doch jetzt nicht... Jo, bist du die Reinkarnation der Mac von Netflix to Game, Alter? Ich hab irgendwie so gerade Flashbacks. Déjà-vu, Mac. Haha. Was tut ihr? Hiring Videogamers. Aber ich hoffe, Borrow Time war ganz knapp zu Ende. Ich hoffe es einfach, dass wir so entzücken. Oh, das lassen wir nicht nehmen. Das ist Nummer 4. Von 12, by the way. Oh. Wow. Aber wow. Komm her. Jo, die sind ein bisschen unbeholfen alle. Die wissen alle nicht, wie sie damit umgehen sollen. Schade, dass du die nicht betatscht hast. Aber ich hab sie ja schon geschlagen, naja. Das ist halt die Frage. Mit dem Perk hat man irgendwie schwer auch eine Übersicht. Wer jetzt hier One-Shot ist. Ach. Oh, das war gut. Das sind nicht geboten. Sonst wär sie da gefangen. Fasst ihr den bitte an? Hell yeah. Das ist auch eine Scheiß-Struktur gegen Doktor. Deswegen. Deswegen halt. Warte mal. Ich kick den. Jo, wenn du es zu einem Punkt machst, hier zu bleiben. Sorry, Schätzchen. Sorry. Du bist verbunden. Dann gib mir deinen DS jetzt. Das war Nummer 5 gerade. Kein DS. Das suckt natürlich. Ich muss leider jemand anders teabangen. So. Achtung. Achtung. Angetreten. Jo, da, 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 da. Oh, sehr gut. Nummer 6, ha? Uh, wait. Was? Wie hat er sich getroffen? Oh. Moment. Das war gut. Das war gut von ihr. Ich dachte, sie wurden zurück. Jetzt wär sie hier gefangen. Schade. Die Verzögerung ist zu krass. Ballette könnte man so gut ausspielen. So, zum Beispiel. Aber ich muss den anderen Jen kicken. Hi. Sprint los? Ja. Warte mal. Ist das jetzt Nummer 7? Oh, ich hab nicht verzählt. Oh, oder? Oh, ich weiß es gar nicht mehr gerade. Damn. Ähm. Wo sind eigentlich meine FPS schon wieder hin? Warum passiert das immer auf Haddonfield? Neuerdings. Das ist schon letztens in diesem Miles-Game. Das tut mir auf jeden Fall leid. Fass es bitte an. Ja! Oh, Mama, Alter. Viel Spaß mit deinem Mad-Kit. Ihr macht... Ihr verschwendet nur eure Zeit. Oh, 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 oh. Doktor, baby. Auf der Map eigentlich sogar eine ganz gute Sache. Würde ich fast behaupten. Aufgrund der Lage und Einsichtigkeit der Palettenstrukturen hier. Was willst du denn eigentlich? Was hat die doch vorhin schon gemacht, dass die mir immer drum herum getänzelt ist, ja? Da fackt ihr denn! Ich kann euch nicht so schnell töten. Ich muss jetzt... Ich mach jetzt meinen Challenger, Alter. Ich spiel mit euch. Oh, oh, da, da, da. Oh mein Gott, sehr gut. Ja, mach, mach, was du tun willst. Das ist Nummer 8, glaub ich. Ich glaub, ich mach noch 4. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Stealth. Er hat vergessen, E zu drücken für Unsichtbarkeit. Oh, nicht gehealt. Oh, shit. Oh, no. Okay, ich brauch euch alle lebend. Ich brauch eigentlich lebend. Also, ich brauch mindestens einen von euch. Ne, zwei. Bei der anderen kommt er durch die Hedge. Ja, ja, ich weiß, es ist alles schlimm. Bist du schon tot? Ne! Oh mein Gott, sehr gut. Vielleicht sollte ich die nicht schocken, weil dann können sie nicht die Gents anfassen. Das ist vielleicht so ein Ding. Macht mal. Ich guck mal, ob da hinten irgendwie, ähm... etwas repariert wurde. Ne, der ist komplett regressed. Der da unten, da hab ich auch nicht gesehen, dass den jemand angefasst hat. Jo, sortiert euch mal. Drei Leute, da krieg ich meine Challenge auf jeden Fall noch hin. Aber ich will halt auch, dass sie einfach nur... Ha, ha, ha! Einfach nur ein bisschen angepisst sind. Für das, was sie mir angetan haben. Du hinkst auch noch nicht zweimal. Könnte ich mir vorstellen. Jo, die wurden fertig gemacht, ey. Bitte. Warte mal, da drinnen. Da drinnen. Hier ist jemand. Ist egal. Oh Gott. Das wird hier Nummer 9. Glaube ich. Äh, hallo? The fuck? Nummer 10. Zwei noch. Okay, du... Du musst jetzt dran glauben. Du bist so weird. Ich weiß nicht, was du überhaupt tust. Oh, da ist Nummer... Jetzt hab ich mich wieder verzählt. Nummer 11. Einer noch. Ein Boy noch. Oder zwei. Zur Sicherheit. Immer wieder ein Brüller. Das Ding ist, ich kann die jetzt nicht einfach töten. Oh, da drüben. Das ist meine Chance. Ich lass mal den Scheiß. Jo, ich bin übrigens nicht salzig oder so. Ich bin nur... Also, die können ja spielen, wie sie wollen. Und alles nehmen, was halt im Spiel vorhanden ist. Das ist ja auch vollkommen legitim. Nur, ähm... Ich kann das halt auch, ne? Und... Wenn jemand Object nimmt, so... Mundbrücher Reddenfield schickt. Halt, sorry, da... Da aktiviere ich immer so eine Extraportion Gehässigkeit. So, halt... Naja. Das ist halt schon... Die wissen halt, warum sie es machen, ne? Da hinten, da hinten. Das ist der letzte Kick. Mein Sicherungskick. Ich glaube, das müsste... Vielleicht... Ich hab mich wahrscheinlich an einer Stelle verzählt. Und es könnte... Ähm... Sein, dass ich jetzt nur bei elf bin. Dann ist das der letzte. Den... Den nehm ich auf jeden Fall mit. Sehr schön. Hier ging definitiv... Das war von vorhin noch. Mit der Fang. Ja, der Overcharge, meine ich. Nice. Hi, grüß dich, na? Ich bin's, der Doktor. Oh mein Gott! Bleib hier, bitte. Ja, bleib hier. Wait. Äh... Wir reden einfach nicht drüber. Mach's wie die Fang. Wir haben die gleiche... Ich drucke dir diese Vereinbarung nochmal aus. Dann... Dann... Dann passt das. Okay? Okay. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getroffen habe. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß einfach nur, dass ich Auto-Aim liebe. Ich lieb's. Wir lieben's. Wir möchten jetzt heiraten. Wir sind schon verlobt. Ich und Auto-Aim sind quasi unzerträglich. So, Claudia. Bist du noch hier? Muss nicht antworten. Hat sich bereits erledigt. Hier, da drüben. Hier, da drüben. Ach. Tut mir leid, dass die Runden ein bisschen, äh... Irgendwie ein bisschen langweilig vielleicht auch waren. Aber... Ich wollte halt die Challenge machen. Und, äh... Ja. Es ist halt so. Es ist halt auch Dead by Daylight. So, das hier ist... Das ist halt, wie es ist. Manchmal. Weißt du wie? Kann ich immer nur Cherry picken. Und wie die interessantesten Games, äh... Raussuchen, weil die gibt's halt manchmal einfach nicht. Manchmal ist es halt den ganzen Tag so. Oh, das ist halt auch okay an sich. Also für mich in dem Falle zu gut. Na? Manchmal hast du auch Tage wie im... Wie im, ähm... In manchen Streams oder so. Wo du halt nur auf den Sack kriegst. Also ich. Gibt's halt auch. Und es gibt halt die umgedrehte Variante. 41.000 Punkte, Alter. Ahaha. Oh mein Gott. Dieses Doctor Game. Hätte ich eigentlich einen Triple Pipfer kriegen müssen. Meiner Meinung nach. Aber mich fragt ja keiner. Dankeschön fürs Zuschauen. growl.